Hallo, mein Name ist Muriel Volk. Ich bin am Faberach Bauwesen für das Qualitätsmanagement zuständig und unterstütze auch bei der Internationalisierung. Aktuell haben wir einen Master, der gerade gestartet hat und der heißt MBILD. Das ist ein Master in Kooperation mit den Universitäten in Portugal und in Spanien. Das ist so aufgebaut, dass die Studierenden ein Semester in Porto verbringen. Danach kommen die nach Gießen für ein Semester und im dritten Semester sind die in Santander in Spanien. Im vierten Semester dürfen sie sich aussuchen, an welcher Hochschule die dann die Thesis schreiben. Der Schwerpunkt von dem Master ist die Nachhaltigkeit und zwar in den fächlichen Bauphasen von den Strategien über die Planung, dann ist die Konstruktion und auch das Management. Um an den Master teilnehmen zu können, müssen die Studierenden schon einen Bachelorabschluss abgeschlossen haben und zwar in Bauingenieurwesen oder in Architektur und sehr gute Englischkenntnisse nachweisen. Mindestens Level B2. Der komplette Master ist dann in Englisch. Der Master wird über Erasmus Mundus finanziert. Die Studierende erhalten monatlich 1.400 Euro als Stipendium und das über zwei Jahre. Wenn Sie noch mehr Informationen möchten, können Sie mich kontaktieren oder den Christian Bayer oder Sie können auch den Link in der Beschreibung dann finden. Ja, das stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020